recht herzlich willkommen zur 181 folge von simo transia dieses haus hier oder dieses grundstück was hier 1 post 1 passagiere fabriziert muss noch angeschlossen werden das haben wir letztes mal gesehen da sind wir auch vollkommen falsch wir müssen hier hin um da neue straße zu setzen wir haben hier 1 2 3 das heißt wir brauchen einfach wahrscheinlich nur gerade mal ein bisschen verlängern und zwar 1 2 3 das heißt da und da muss was hin das ist die bushaltestelle deckt das dann ab und dann noch der postkasten hinterher und alles ist gut und dann die linie noch angleichen dafür müssen wir den stadtbus mitte von waldeck haben stadtbus waldeck mitte muss er heißen gott linie ändern ja wann und wo ist es eigentlich egal nur müssen gucken dass von der karl mark straße dahin gefahren wird und dann wieder zur karl mark straße dann passt die linien anpassung auch das ist nur gerade zu gucken a b c d e und f italiener straße passt läuft dann ist das auch abgedeckt dann kann diese bushaltestelle auch bedient werden bzw das grundstück hat dann seine bushaltestelle ja damit sind wir hier auch schon wieder fertig wir hatten letztes mal durchgeguckt das war alles abgedeckt na hier wechseln gedeiht es das ist auch alles ok das würde bedeuten wir machen wieder unsere linien und schauen welche schlecht bedient ist oder so wartend absteigend mühle betriebshof das ist hier hat immer noch 13.000 tonnen davon 11.000 in die richtung nach dahinten oder oder raddeck zell süddeutscher alter getreide hoch und wetten da keiner sind ja auch so der zug fährt da hinten lang oder ach der fährt hier durch und das wird er nicht wenig aber hier stehen sie irgendwie gerade weil sich hier erwischt haben gut da ist was falsch gelaufen er möchte da rein und er möchte daraus das bedeutet wir machen mal hier 120 gleis neben obwohl das doof ist oder das ist auch zu lang macht das mal so macht er mal im bahnhof hin bahnsteig wenn wir den ich glaube so lange wollen wir gar nicht oder reicht bis da kann man den updaten dann sollten wir den mal weg nehmen ok jetzt wird er erstmal dahin und er kann nicht fahren ohne router irgendwer ist vorgerückt er kam jetzt nicht rein weil der vorgefahren ist er ist vorgefahren weil er keine route hatte läuft da oder mach das mal hier so jetzt ist er dann noch ein stück wieder vorgerutscht dann mach mal das stück da weg und sag mal irgendeinem zucht er soll erstmal weg fahren oder fahrplan du fahr mal wieder dahin dann kommst du gleich wieder und der hier wartet auf freie strecke die er jetzt gleich kriegt weil er dann da reinfahren kann so dann signalanlage anders setzen da signalanlage setzen und wie war das zusätze gehen damit und dann füllen wir da noch auf und dann brauchen wir da gerade runter und der kann jetzt auch wieder zurückkommen dann ist das erledigt dann ist das hier erstmal repariert dann gehört das dahin mit kein wenig mehr das können wir schließen mal schon erledigt so und jetzt müssen wir noch ein signal hier haben so ist richtig so ist richtig und dann muss man eigentlich verändern ja noch oder so richtig wie es jetzt läuft ich glaube nicht oder also er fährt bis hierhin und dann gibt es ein auswahlsignal das heißt beide fahren in den linken wir brauchen dieses auswahlsignal wenn dann ich glaube das macht nur sinn das dahin zu bauen was war das auswahlsignal das weiß ich signal vor einem bahnhof so muss es sein dann kann da auch ein zweiter rein fahren interessant ist nur dass wir hier also das brauchen wir da schon aber das hier ist verkehrt weil wer von da kommt fährt und wartet darauf das ist jetzt hier ein bisschen doof gelaufen glaube ich wir müssen das anders anschließen vielleicht und nehmen das stück weg sehr gut geklappt so signal dahin dass er dann weg fahren kann so jetzt sollte es funktionieren oder das ist eine ausfahrt das eine ausfahrt und die ist nur die einfahrt dann geht das erstmal alles gut oder ja da sich das jetzt hier gestaut hat man weiß aber lange kann es nicht gewesen sein einfach aus dem grund weil er ja sag schon noch keine blockiert zeichen daran hat das muss frisch gewesen sein lasse erstmal weiter testen also das ding ist durch schon 3000 mehr geworden glaube eben waren es nur 11.000 ich glaube dass man hier aber ist egal die fahren auf jeden fall wieder gucken wir die nächste sache hier stehen 3000 leute die befördert werden wollen das ist in radolfzell das ist am bahnhof die wollen zum jupiterweg einmal und der jupiterweg ist hier könnten eigentlich von der rückseite dahin wie sieht es denn am jupiterweg selber aus ist das hier zur norddeutschen mühle wollen da 97 leute und 46 über radolfzellenthalstraße achtsack post sind da auch unterwegs ich glaube wir müssen erstmal gucken dass wir die hier vom bahnhof weg kriegen wo sind die konrad adenauer straße die ist da rechts wie sieht es da mit personal zum bahnhof hinaus hinter straße 41 ist auch nicht so viel das wird spannend ich glaube wir machen da eine neue linie von da nach da da fertig da sitzen wir einfach nur im bus rein ne stadtbus radolfzell lilyen was habe ich denn jetzt geschrieben lily von Straße, Jupiterweg, Schuss und Bus, den da drauf und Stadtbus dieser Staaten schließen, Busabfang nicht geklappt, Busabfang nicht geklappt, Busabfang geklappt. So, dann haben wir das geklärt. Da sitzen aber auch noch zu der Konrad-Adenauer Straße ein paar tausend Leute, also tausend Leute. Das heißt, neue Linie auch dahin, oder? Ja, los. Und zwar von da nach da. Fertig. Stadtbus. Adolf, Sel, Konrad, Adenauer, Waser, den Strich habe ich eben nicht gemacht, ne? Schuss, passt. Steht auch bis zum Ende da drinnen, genauso wie da. Und neues Fahrzeug. Und den anklicken. Starten, anklicken. So, jetzt haben wir, der fährt da auch lang. Fällig. So. Die Linie können zu. Wir bauen die beiden ab. Dann haben wir noch den Titangasse, die da auch mit 500 noch stehen. Das ist auch relativ viel. Jetzt ist die Frage. Wir stehen andersrum. 40 Pajero, Radolfzell, Norddeutsche Mühle. Okay. Ich fahre über den Bahnhof da oben sogar. 21 Ligienthalstraße. Jupiterweg, war das da auch so? Norddeutsche Mühle. 55. Die fahren dann da so durch. Vielleicht sollten wir da nochmal die Linie anpassen. Ja. Linie ändern. Und Einfach den da hinten dran machen, oder? Dann fährt er da auch noch hin. Dann ist er schon okay. Der. Und hier Konrad Adenauer. Da müssen wir nochmal gucken. Marie Geilerweg, Moosgasse. Das sind aber alles Sachen, wo ich sage, das ist okay. Dann geht der reguläre Bus ja auch hin. Adenauerlinienstraße und Ligienthalstraße, Jupiterweg. Das passt schon. Jetzt haben wir noch die Titangeschichte, ne? Das ist Jupiter, den wollten wir nicht. Wir wollten die Tarn. Da waren hier die 500, darum ging es, ne? Die Tarngasse kriegt auch noch einen neuen Bus. Linienverwaltung. Neue Linie. Von da. Von da. Da. Nach da. Fertig. Draufsetzen. Und Ändern hier. Stadtbrust. Adolf. Sölle. Ligienthal. Straße. Titan. Gasse. Mühle. Das müssen wir mit der anderen anderen Hand passen. Fällt mir gerade so ein. Hm. Da fehlt es noch mit dem Bindestrich. Änd. Fast. Und hier oben fehlt sogar Radon. Ne, Radon auf Zoll steht überall da, ne? Strasse. Mühle. Schuss. Fast. Auswählen. Steht hier nicht drin? Da hat es die 2,8 Meter. Ne, da unten ist er. Starten. Schließen. Hat es wieder nicht geklappt? Jetzt hat es geklappt. So, fahren alle miese bis jetzt? Mal einseitiger Verkehr. Die fahren ja nur in die eine Richtung Geld rein, ne? Das ist das Problem. Aber es sind gerade, also er ist hier auf jeden Fall gerade voll. Wer auch. Er fährt, glaube ich, das erste Mal zur Mühle, ne? Ob es das erste Mal ist, weiß ich nicht. Aber er fährt auf jeden Fall zur Mühle. Hat jetzt mal Plus drin, ne? Er ist hier nicht. Ja, okay. Es sind wieder Verbindungsfahrten für den Fernverkehr, ne? Oder? Ne, es sind Verbindungsfahrten vom Fernverkehr, die schon das viele Geld verdient haben und das hier rüber geben dann. So ist es. Der ist wieder voll. Ja. Düppeln Waldweg. Hafen. Da sieht es aber einigermaßen gut schon aus. 304 Altenau. Meierstraße Hafen. Das ist ein Schiff. Da kommt aber gerade eins rein. Gucken wir mal, ob das das mitnimmt. Ja, die sind weg. Die sind jetzt alle auf dem Schiff, ne? Ja. Der ist auch gut ausgelastet. Das geht schon mal. So, über Sonderhausen Rosenweg sind dann die nächsten. Das ist also hier lang. Ist die Intercity-Linie. Die wird aber auch abgefrühstückt. Sollte passen. Und das ist auch ein Bus hier, äh, ein Zug hier. Der jetzt gerade reinkommt und die dann mitnimmt. Die sind weg, die 155. Sonderhausen Rosenweg sind dafür natürlich jetzt 409 da. War eigentlich auch kein Problem, wenn der nächste hier reinfährt. Der aber nicht zu sehen ist, doch da unten kommt er. Dann sollten diese hier auch gleich weg sein. Ah, der kriegt nicht so viel mit. 230 sind es nur gewesen. Also 200 rund weg. Hm. Das bedeutet, der ist voll. Ja. Da kommt aber schon der nächste, der aber dann auch voll sein wird. Aber das geht noch alles hier, ne? Ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Ah, der fährt wieder voll weg. Und den habe ich doch noch erwischt. Der ist auch relativ voll. Fährt auch schwarze Zahlen ein. Super. Das macht er hier auch schwarze Zahlen. Ja, auch super. Da fällt jetzt gerade ein Güterzug vorbei. So, hier wird miese gefahren, da wird knapp plus gefahren, da wird miese gefahren. Und dann kommt hier der nächste Schnellzug. Der dauert. Da fährt gerade noch einer weg. Hier ist ungefähr die Hälfte, glaube ich. Ah, da kommt er erst. 229. Aber das ist alles erträglich, sag ich mal, ne? Die warten schon wieder aufs Schiff. Was gerade aber kommt, eins. Jo. Dann hat er aber nicht so viel mit jetzt hier, ne? Der hat nur 88, der fährt auch die miesen ein. Aber der muss fahren, ne? Denke ich, oder? Der andere war ja fast voll. Lassen wir mal so. Was ist das Depot? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den normalen Flughafen haben, den ich auch gar nicht sehe, weil die sind ja alle hier mit verbunden. Okay. Ja, ist ja offen, ne? Was hat er jetzt? 155, fliegt aber plus. Also alles gut. Wie nimmt er denn mit? 31. 36. Okay. Jetzt kommen gerade zwei Züge an. Aber er belädt noch. Okay, der fliegt nicht die ganze Zeit so, er hat eine Warteschleife dran. Okay. Ja, gut. Wen haben wir denn hier so mit 5000 Passagieren? Flotho, ach, das ist hier der Umsteigbahnhof vom Flotho. Lauter Kindergarten, also hier unten lang, 5000. Das heißt hier die Bimmelbahn, die Schweine-Taxis oder was es auch immer sind, fahren schlecht. Jetzt kommt da einer vorbei, aber der wird auch mit 1000 nicht rausreißen, ne? So, ich hab den ja schon ausgewählt, weil der Bahnhof schon offenbar ist, er ist voll, ne? Aber wieso hat der nur 39? Der fährt nicht die ganze Strecke, er hat 104? Der auch. Wir müssen hier was ändern. Die stehen dann an den anderen Bahnhöfen. 1700. Die wollen nach oben. Dann haben wir noch einen zweiten Bahnhof, 2000. Auf der Linie ist es etwas zu schwach mit dem Auslastung. Also die Auslastung ist top, aber die Züge sind schlecht unterwegs. Die sind alle voll. Wir stehen hier. Da geht's. Wir haben mal hier hinten noch einen, ne? Da geht's auch noch, in dem Sinne. Ja, macht vielleicht Sinn, gar nicht die ganze Strecke zu fahren, sondern immer hin und her zu fahren, ne? Und dann müssen wir immer mehr umsteigen, ne? Puh. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen die Linie aus, ne? Ein bisschen Zug. Machen wir mal so. Und so. Er wartet, hier hat er ja schon mit, ne? Ne, der hat gerade entladen, der hat gar nicht gewartet. Hier ist schon zweigleisig ausgebaut. Da können auch mehr Züge drauf. Ich glaube, oben ist das Depot, oder? Wo ist das Depot? Hier auf jeden Fall nicht. Ich guck das mal alles zu. Wir gucken, wir hat erstmal hier rein. 485. Hier waren schon die 5000, ne? Weil hier zum Ding jetzt geht, ne? Wie heißt es zum Wasser geht? Wo ist denn das doofedepot jetzt? Da. Das ist 221. Und der gehört noch dazu. 243. 233. Kann 100 fahren. Fast. 78 Passagierer. Fast 70 Passagierer. 221. 233. Macht nicht viel, ne? Was sind wir hier unten noch für welche? 184 Passagierer kann 140 fahren. Den wollen wir jetzt nicht. 100 Passagierer kann 120 fahren. Also die 100 sind schon okay hier eigentlich. 120 kann aber ordentlich Passagierer nehmen. Vielleicht sollten wir die Doppelstock hier mal nehmen. Steuerwagen. In allen drei gehen 128 rein, ne? Bitte bedeuten den. Das ist der Schluss, ne? Ja. Dann den. Dann den. Und dann brauchen wir noch eine Lok dahinter. Oder davor? Egal. Wie fährt die? 160. So schnell brauchst du nicht. Die fährt 140. So schnell brauchst du auch nicht. Was ist mit der hier? 120. Elektrifizieren wäre noch eine Idee, ne? Aber ich nehme die erst. So und dann setzen wir die auf. Gute Frage, ne? Das war... Vier Städtebahn. Sitz mal drauf. 384 Passagiere. So, wenn man die Güter... Ja, sind bestimmt zu lang, oder? So, was haben wir hier? 52, 46. Die fahren alle miese. Die beiden O-Bahn gehen der Unteren so ganz schlecht. Er hat 71 Paralisiere beim ersten Bahnhof eingeladen. Und fährt die jetzt wohin? Nach Sonnenwendgasse, lauter. Einer wird da wechseln, okay. Steht da schon zu warten. Also das ist okay hier. Das ist zwar nicht toll, aber das läuft. Oder muss so laufen. So, und jetzt kriegt er hier 384. Und wie bekommt er zu? Wird noch nicht voll, oder? Glaube ich nicht. Hier ist der 123 ist noch nicht voll. Wir müssen da gucken, dass wir da noch was ändern. Die kleinen Taxis da runternehmen. Und mehr durch diesen großen Zug ersetzen. Glaube ich. Macht Sinn. Wo ist der nächste Bahnhof? Hier. Hier stehen schon ein paar Tausend mehr. Da ist er jetzt gleich dann auch voll. Da steigen einige aus, aber er wird trotzdem voll werden, weil hier schon zwei Tausend stehen. So, nächster Halt ist nochmal Sonderhausen. Können da denn welche weggefördert werden? Fünf. Fünf Leute wechseln da. Respekt. Das ist also im Prinzip auch schon wieder so, dass das nicht lohnt, ne? Weil die entscheidenden werden nicht weggefahren. Aber die fährt auf jeden Fall mehr wie diese 104. Was hat er eigentlich hier für eine Linie? Ja. Sonderhausen-Ploto. Der fährt das kurze Stück. Da muss auf jeden Fall was passieren, ne? Der fährt nur dieses Stück. Ist schwierig, ne? Müssen wir mal gerade gucken, wie voll der ist. Vielleicht kriegt der ja noch einen Halt mehr da rein. Der hat sie alle los und kommen mit 304 wieder. Na, wir fährten mit 304 sogar noch weiter. Okay, das ist nicht verkehrt. Wo ist er jetzt? Hier unten, ne? Passiert die auch. Verfolgen wir den mal. Der fährt jetzt aber auch flüchtig schnell gerade, ne? 91. Gleich hat er da die 100 erreicht. Und dann bramst er schon in der Kur wieder ab. So. So, 33. Der hat nix mit. Wieso hat denn der nix mit? Kann doch viel mehr. Hier stehen nur noch tausende von Leuten, oder sehe ich das falsch? Über Waldeck. Die müssen noch weiter. Ja. Ich muss mal gerade den zweiten Bahnhof hier noch aufsuchen. Ja, der kriegt jetzt noch ein Stück Verlängerung. Dann fährt der Sonderhausen Rosenweg. Einfügen. Den. Hier, Straße Rosenweg. Und dann fährt er wieder Rosenweg, oder? Dann haben wir alles richtig gemacht. So. Den verfolgen wir jetzt. Mach den mal zu. Und dann passiert am Rosenweg nix mehr, weil der dann hier voll ist, ne? Fahr mal schneller, ey. 68. Kommt jetzt hier rein und fährt mit 13 weiter. Das ist jetzt voll, oder? Ja. Aber in Sonderhausen steigen 53 aus, das heißt, also in Rosenweg. Das heißt, er nimmt da nochmal 53 auf. Das heißt, das sind ja doch weniger dann da. Ne, da gibt's gar keine, die da mitfahren. Auf jeden Fall hat er da ein paar Gäste jetzt mehr da drinnen. Das heißt auch, dass er vielleicht die schwarze Zahl öfter schafft. Jetzt ist er nämlich voll. Da auch. Jetzt bleibt die schwarze Zahl auf jeden Fall stehen. Das ist schon mal passend. Also der ist jetzt besser unterwegs. Sonderhausen hier, schwierig ist der, wo diese 4000 noch stehen. Rosenweg ist der auch. Den lassen wir weg. Den lassen wir weg. Der macht hier richtig Kohle gerade. Oder richtig nicht, aber macht Kohle auf jeden Fall. Kommt jetzt gleich irgendwie auch ins Bild, oder? Man muss jetzt leider warten. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge gucken. Wir sind jetzt schon ziemlich lang unterwegs. Schon viel zu lang unterwegs, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir kümmern uns um die Vier-Städte-Route nochmal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, wir können dann Kommentare noch schreiben. Das wäre ganz nett, wenn ihr da was macht. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Alles klar, bis dann. Wir sehen uns oder hören uns. Bis dann. Tschüss.